Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Heute wieder mal mit Jest JavaScript Testing. Ja, und heute geht's um Mocking. Mocking bedeutet im Endeffekt, ihr könnt Funktionen oder Teile von Modulen oder komplette Module simulieren. Als gäbe es diese Module, obwohl sie eigentlich noch gar nicht da sind. Warum macht das Sinn? Naja, sagen wir einfach mal, ihr habt eine Funktion, die euch Daten holt von einer API. Aber diese API funktioniert noch nicht. Irgendjemand im Team hat geschlampt oder es ist einfach ein anderes Team und die haben halt noch andere Prioritäten und müssen das erstmal noch machen. Deswegen können die das noch nicht machen für euch. Und deswegen müsst ihr natürlich trotzdem schon mal euren Code testen. Am Anfang wisst ihr ja sowieso noch gar nicht, was alles auf euch zukommt, vor allem wenn ihr Test Driven Development macht. Dann gibt es ja diese ganzen Dinge noch gar nicht. Also simuliert ihr Daten, ihr simuliert Funktionen, ihr simuliert Module und das nennt sich Mocken. Okay, also wie sieht das Ganze aus? Nehmen wir an, wir wollen diese beiden Funktionen später mal drin haben, aber wir haben halt erst die FetchData-Funktion. Die Foo-Funktion, die haben wir leider noch nicht. Okay, also was wir hier machen ist, wir wollen das Ganze testen und dementsprechend sagen wir hier, wir bauen uns eine Funktion. Das heißt erstmal, wenn wir uns hier diese Aufrufe bauen, also for let i gleich 0 i kleiner FetchData.length i++. So, wenn wir das jetzt haben, ja, und hier drin von mir aus die Foo-Funktion aufrufen wollen, also theoretisch wollen wir machen Foo von, ähm, von, ja okay, wenn wir es richtig machen wollen, dann nehmen wir das hier raus. So, sagen wir hier, const, äh, x ist gleich das hier und dann machen wir hier x größer und sagen hier Foo von, ähm, von x von i. So, ähm, wenn wir das jetzt hier so machen wollen, also es, es funktioniert jetzt natürlich, weil wir hier diese ganze Sache schon vorher implementiert haben, ja, ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn wir Foo noch nicht haben, müssen wir so tun, als hätten wir Foo schon, ja, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel in diesem Fall, aber was wäre, wenn wir Foo denn noch gar nicht hätten? Naja, dann müssen wir erstmal eine Testfunktion erstellen, die unser Foo emuliert, das heißt, const, ähm, und in meinem Fall nenne ich sie jetzt einfach FooMock, oder MockFoo besser gesagt, MockFoo, ähm, ist gleich jest.fn und fn mockt euch sozusagen eine Funktion, ihr könnt euch damit eine Funktion erstellen, ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen, schauen wir uns auch noch an. Ähm, und diese eine Funktion, was soll die jetzt machen? Naja, die soll ein x nehmen, abbilden, ups, abbilden auf, ähm, x plus 42, das ist im Endeffekt das, was hier oben auch drin steht. Und dieses x plus 42, das ist jetzt quasi uns, also dieses x abbilden auf x plus 42, das ist jetzt unsere MockFoo-Funktion und die wiederum, die können wir ja aufrufen. Das heißt, wir rufen nicht Foo auf, sondern MockFoo, von x, von i. Damit sind wir losgelöst von dem, was wir hier drin eigentlich haben wollen. Und, ähm, was ist hier los? Expected 0, das halte ich für ein Gerücht. So, und unsere eigentlichen Tests, die können jetzt sogar noch deutlich umfangreicher sein, als sie es ohne dieses Mocken wären. Denn, ich kann jetzt hier in meinem tatsächlichen Test drin sagen, was eigentlich genau abgehen soll. Ich kann hier hergehen und, ähm, expecten, äh, ich mach das mal hier im Expect drin, ähm, das MockFoo, Punkt Mock, Punkt, und hier kann ich jetzt angucken, was ich alles hab. Punkt Calls zum Beispiel, ja, ich kann mir angucken, wie oft ich eigentlich einen Call hatte. Das heißt, Punkt, ähm, wie viele Calls hatte ich eigentlich? Und hier sagen wir einfach mal, to equal, naja, wir müssten zwei Calls gewesen sein. So, und das ist jetzt mein eigentlicher Test hier. Also, ich kann gucken, wie viele Aufrufe hatte ich hier eigentlich? Okay, äh, offensichtlich alles in Ordnung gewesen. Wenn ich jetzt hier sage, drei Aufrufe, funktioniert das dann immer noch? Naja, natürlich nicht. Wir haben zwei Aufrufe gehabt, ja. Wenn ich hier oben jetzt noch ein Element mehr reinpacke, dann sind es plötzlich wieder drei Aufrufe. Das heißt, ich kann gucken, wie häufig wurde diese Funktion eigentlich aufgerufen. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Teile von Funktionen wieder reinpacken, ja. Das ist quasi Funktionscode hier. Das ist eine Lambda-Funktion. Ihr könnt hier alles reinstecken, was ihr wollt. Okay, machen wir doch mal hier weiter und schauen uns mal an, was wir hier noch alles machen können. Ich nenne die jetzt einfach sehr, sehr billig. Und zwar, ähm, was wäre denn, wenn wir die Ergebnisse unseres Aufrufs irgendwann mal haben wollen? Also, dieses Mockfu von x von i. Also, wenn wir hier dieses x plus 42 wirklich als Ergebnis haben wollen. Wie sieht das denn aus? Na ja, wir können ja über die Results die Ergebnisse runterladen, sozusagen, oder verwenden. Und zwar müssen wir hier allerdings angeben, welchen von den beiden Aufrufen wir meinen. Es gab ja zwei davon. Also, Mockfu, ähm, also Mockfu.mock.results vom ersten Mal aufrufen. Punkt Value. Na ja, der soll doch bitte was gewesen sein. Der erste Aufruf war 0 plus 42, weil wir hier immer 42 drauf verdienen. Also, 42. Der zweite Aufruf sollte dann 43 gewesen sein. Okay, weiter geht's. Wir können natürlich auch trotzdem uns die Parameter angucken, die wir hatten. Das heißt, ähm, wie waren die Argumente von Mockfu beim Aufrufen? Und ja, auch das geht. Und zwar kann ich hier über Calls. Na ja, welcher Call? Der erste Call, bitte. Und na ja, was haben wir hier noch in Parametern? Die Aufrufe eben, also mit welchen Parametern wurde aufgerufen, also von 0. Das wäre dann in dem Fall erstmal 0 gewesen. Und beim zweiten Call haben wir eine 1 reingesteckt. Das heißt, wir haben hier Calls von 1 von 0. Weil wir hier eben nur ein Parameter haben. Und das ist im Endeffekt eine Parameterliste. Und so kann ich hier komplett alles durchchecken, was ich möchte. Okay, wir lassen die jetzt nochmal ganz kurz laufen. Und wir sehen hier, boom, wir haben alle Tests gepasst. Wunderbar, hätte ich mich jetzt auch sehr verwundert, wenn wir hier irgendwas anderes gemacht hätten. Aber so könnt ihr im Endeffekt trotzdem überprüfen, was da alles an Metadaten sogar vorhanden ist. So, was passiert jetzt aber, wenn ich meine zweite Funktion testen möchte? Also ich meine, mit Foo haben wir es jetzt recht gut hinbekommen, ja. Wir haben quasi uns Tests geschrieben, wie eigentlich Foo reagieren soll, wenn es den passenden Datensatz hier bekommt. Yo, ein bisschen schwieriger wird's, wenn wir den Datensatz erstellen wollen. Denn hier sollen ja erstmal die Daten geliefert werden. Und ja, wir können ja zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Generatorfunktion, könnte zum Beispiel sein. Und wir wollen uns hier rausgeben, wie eigentlich diese Funktion uns Ergebnisse liefert. Ich mache dazu mal ein kurzes Beispiel. Ich schreibe das jetzt mal hier unten als Test. Das ist jetzt ein bisschen dirty, sage ich mal ganz ehrlich. Aber es zeigt am besten, was damit eigentlich alles möglich ist. Und zwar, wir sagen hier Generate Mocked Data. Okay, und was wir hier reinbauen, ist im Endeffekt, wir mocken uns eine Funktion. Das heißt, const Mock Generator, sowas in die Richtung, ist gleich jest.fn, eine Funktion. Und diese Funktion soll doch bitte Mock Generator Punkt, soll doch bitte mal Mock Return Value machen. Also wir können hier verschiedenste Sachen verändern hier drüber. Ihr könnt hier gerne mal euch einfach die vollen Beispiele durchgucken. Das ist wahnsinnig viel. Wir wollen aber jetzt einmal Mock Return Value Once machen. Das heißt, wir wollen einmal den Wert 42 zurückgeben. Dann rufen wir auf demselben Objekt nochmal dasselbe auf. Mock Return Value Once, 1337. Und dann sagen wir Mock Return Value, ähm, nicht Once, sondern Mock Return Value einfach. Das ist auch eine Funktion. Und hierdach ist es einfach immer 1379, also wenn man die beiden zusammen addiert. Okay, damit kann ich jetzt filtern, damit kann ich alles Mögliche machen. Die Return Werte hier sind einfach immer, ja, eigentlich alle möglichen Return Werte, die ich hier drin machen kann. Und ich kann mir das natürlich auch in meiner Before All erstellen, einfach diesen Mock Generator. Und am Ende kann ich hier einfach jeweils drauf zugreifen. Ich weiß, im ersten Aufruf kommt das zurück. Ich weiß, im nächsten Aufruf kommt das zurück und so weiter und so fort. Und kann hier im Endeffekt die ganzen Sachen expecten. Das heißt sowas wie Mock Generator, Klammer, Klammer. Und naja, im ersten wird das natürlich 42 sein. Im zweiten wird mein Mock Generator 1337 ergeben. Und in denen danach wird er 1379 ergeben. So, und jetzt lassen wir mal ganz kurz diese Tests hier laufen. Das dauert ein bisschen. So, und wir sehen, okay, das hat offensichtlich auch funktioniert. Wir können die natürlich auch loggen, wenn wir das wollen. Aber, ähm, sobald ich hier irgendwas verändere, also wenn ich hier eine 43 reinschreibe, nur damit ihr seht, dass es richtig ist, der Wert ist schon 42 und nicht, ähm, und nicht 43 oder so. Irgendwas anderes. Es wird auch tatsächlich getestet. Damit könnt ihr quasi eine Funktion erstellen, die euch einfach einen Datensatz zurückgibt. Je nachdem, was ihr hier eben an Daten braucht. Das heißt eine Funktion zum Beispiel, die euch einfach hier immer das hier zurückgibt. Also einfach zum Beispiel Mock Return Value hier eingeben. Und dann habt ihr plötzlich jedes Mal, wenn ihr diese Funktion aufruft, bekommt ihr eben genau diesen Datensatz zurück. So kann man eine API simulieren sozusagen. Und man kann natürlich auch mit Testwerten, mit kaputten Werten und so weiter und so fort experimentieren. Wenn ich hier auf einmal plötzlich einfach ein Undefined zurückgebe, ähm, Undefined, so, dann kann ich natürlich auch mit meinem Undefined hier erstmal testen. Oh huch, es war ja 42, was ich erwartet habe, aber es kam eigentlich Undefined raus. Und natürlich könnt ihr diese Werte auch in Funktionen stecken und mit denen dann arbeiten. Das ist alles absolut möglich. Aber eben, damit könnt ihr einzelne Module hier eben simulieren. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, das solltet ihr definitiv benutzen, wenn ihr irgendwann mal was emulieren müsst, was ihr am Anfang quasi immer müsst. Aber, ähm, also vor allem, wenn ihr die Interaktion zwischen zwei Modulen oder zwischen zwei Funktionen testen wollt, dann ist es immer sehr wertvoll. So, es geht noch einen Schritt weiter. Ähm, da kann man nämlich auch Module komplett mocken. Dazu kommen wir aber im nächsten Video. Bis dann. Ciao.